Herzlich willkommen bei Unterstrom. Bei uns geht es um spannende Menschen, die Teil der Energiewende sind und uns erklären, wie sie die Energiezukunft aktiv mitgestalten. Ich freue mich jetzt, Eva Pohn bei mir im Studio begrüßen zu dürfen. Sie ist die Leiterin der Organisationseinheit Recruiting und Ausbildung. Mitgebracht hat sie uns einen Zukunftsbaustein und sie wird uns ein bisschen was über die neueste Kampagne verraten. Hallo Eva. Hallo Isabella, vielen Dank für die Einladung. Was beinhaltet denn jetzt deinen Job beim Recruiting und im Ausbildungsbereich genau bei der E-Werke VKW? Das ist eine gute Frage. Meine Kinder würden sagen, reden und rechnen. Ich habe ursprünglich als Personalkontrollerin bei E-Werke VKW angefangen vor neun Jahren und in dieser Funktion erstelle ich das Budget, ermittle ich Kennzahlen oder behandle Gehaltsthemen. In der Zwischenzeit sind viele neue Aufgaben dazugekommen. Inzwischen bin ich sehr stark im Recruiting und in der Beratung unserer internen Führungskräfte tätig. Du bist vor allem ein sehr, sehr kreativer Kopf. Stichwort Karrieredrive-in. Im letzten Jahr habt ihr damit wirklich für Aufsehen gesorgt. Betriebsgelände in Bregenz habt ihr das gemacht. Ja, ganz genau. Ich erinnere mich gerne. Gefühlt hat das ganze Land darüber gesprochen. Wir überlegen immer wieder, wie wir technische Fachkräfte für E-Werke VKW gewinnen können. Und so ist die Idee entstanden und plötzlich war die Zeit reif. Also der Drive-in. Ich glaube, das war genau das Richtige für diese Zielgruppe. Viele Menschen, die wollen keine Bewerbung schreiben oder sich die passende Formulierung überlegen. Die wollen einfach ins Gespräch kommen. Ganz unkompliziert. Und so haben wir es gemacht. Beim Drive-in. Einfach gefragt, was machst du? Was bringst du mit? Was suchst du? Und dann haben wir geschaut, wo es passende Möglichkeiten bei uns im Unternehmen gibt. Wenn man dann am Schluss noch einen frischen Burger mit nach Hause nehmen kann zum Abendessen. Ja, was will man denn mehr? Eben, on top, oder? Wirklich großartige Idee und wie ihr das umgesetzt habt. Gibt es derzeit auch Möglichkeiten, sich irgendwie niederschwellig bei der E-Werke VKW zu bewerben? Ja, das ist uns weiterhin sehr, sehr wichtig. Darum haben wir die Expressbewerbung installiert. Das ist bei uns online möglich. Da kann man mit drei Mini-Fragen wirklich gleich sein Interesse deponieren, wenn jemand das Gefühl hat, Ja, E-Werke VKW könnte ein attraktiver Arbeitgeber für mich sein. Also einfach online vorbeischauen, Namen hinterlassen und wir melden uns dann innerhalb von zwei, drei Tagen. Was steht jetzt bei deiner Recruiting-Tätigkeit am meisten im Mittelpunkt? Das ist eindeutig der Mensch. Also ich lerne im Laufe des Jahres sehr viele Persönlichkeiten kennen. Jeder Mensch ist anders. Jeder Mensch ist einzigartig, bringt seine eigene Geschichte, Erwartungen und Möglichkeiten mit. Und genau darum geht es uns im Recruiting, den Mensch kennenzulernen, die Erwartungen abzugleichen gegenseitig und zu schauen, ob wir ein Stück des Wegs gemeinsam gehen können. Das hört sich wirklich sehr gut an und irgendwie fühlt man sich dann gleich gut aufgenommen, glaube ich, als Bewerber. Genau. Also wir bieten auch allen Bewerbern das Du an, gleich im Prozess und haben da sehr viele gute Rückmeldungen dazu. Schön. Mitarbeiter, in welchem Bereich sucht ihr da derzeit besonders? Wir suchen in wirklich allen unseren vier Geschäftsfeldern zusätzliche Mitarbeitende, auch in den Servicefunktionen und haben da ganz eine breite Palette an Stellen, die wir anbieten können. Viele unserer Jobs sind technisch geprägt, also wirklich die überwiegende Mehrzahl und ganz besonders sind wir immer auf der Suche nach Personen, die einen elektrotechnischen Hintergrund haben. Da haben wir eindeutig die meisten Möglichkeiten. Stark nachgefragt ist derzeit auch die Bautechnik. Wir haben sehr viele Bauvorhaben in Gang und in Planung, also sowohl Instandhaltung, Erweiterung, aber auch Neubauten bis hin zum Lünner Seewerk 2. Das wird ein riesengroßes Projekt und nimmt ganz ordentlich Fahrt auf. Ja und gerade auch um die Elektrotechniker anzusprechen, habt ihr eine neue digitale Kampagne jetzt gestartet. Ja genau, die geht jetzt in Kürze online. Ich freue mich schon sehr. Könnt euch freuen auf diesen Clip. Wir wollen da wirklich auch erfahrene Fachkräfte ansprechen. Es kennt jeder diesen Moment, wo es einfach das Gefühl gibt, die Welt ist mir irgendwie zu klein, die Berufswelt ist mir zu klein. Man kennt langsam die Abläufe, man kommt vielleicht in so einen Trott hinein und da wollen wir signalisieren, das muss nicht sein, brich aus. Bei Ilwerke VKW gibt es viele Möglichkeiten, große Möglichkeiten und ja, das wird in diesem Clip transportiert. Was macht denn die Ilwerke VKW zu einem so, so guten Arbeitgeber? Ja, da müsste man wahrscheinlich jetzt eine eigene Folge drehen. Aber ich glaube tatsächlich, dass das Unternehmen Möglichkeiten bietet, die andere Firmen nicht haben. Allein die Technik zum Beispiel, mit der wir arbeiten, die ist unglaublich faszinierend und beeindruckend, auch für mich. Und gleichzeitig sind wir sehr nah dran an der Natur. Also wir sind stark verwurzelt in der Region, wir gestalten aktiv das Ländle mit und ich glaube, das macht uns besonders. Unser Slogan, werde Zukunftsgestalterin, drückt das glaube ich ganz gut aus. Ja und ihr habt ja auch sehr viele Benefits für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ja, da gibt es ein ganzes Bündel, ein ganzer Blumenstrauß, wo für wirklich jeden etwas dabei ist. Besonders geschätzt sind zum einen die flexiblen Arbeitszeiten, also da die große Flexibilität in der Gestaltung und das Betriebsrestaurant natürlich, hast du auch schon mehrfach gehört. Ja und wir unterstützen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Bereich Mobilität, Gesundheit, sind sehr familienfreundlich. Wir merken, stark nachgefragt sind auch unsere Mitarbeiterwohnungen oder zum Beispiel die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten. Du hast ja aber auch das Thema Diversity noch auf die Fahnen geheftet. Stichwort, die Iwerke VKW ist weiblich. Das wäre dir noch besonders wichtig, oder? Ja, das stimmt. Das ist ein Herzensanliegen von mir. Also ich sehe da noch unglaublich viel Potenzial. Wir versuchen das Unternehmen diverser aufzustellen, wollen insbesondere auch Frauen ansprechen, für das Unternehmen gewinnen. Frauen in der Technik verstärkt einzusetzen und es gelingt uns immer besser. Zum Beispiel insbesondere auch in der Lehrausbildung. Was macht ihr denn da speziell für die Frauen? Wie geht er auf sie zu? Wir haben intern angefangen, sogenannte Ladies-Only-Events zu veranstalten. Zweimal im Jahr bieten wir das an und wollen damit die Vernetzung innerhalb des Unternehmens stärken, das Kennenlernen. Und nach extern besuchen wir ausgewählte Veranstaltungen, waren jetzt beim Female Future Festival mit dabei oder Anfang April das erste Mal auch in Essen bei einer Konferenz, die von Frauen in MINT-Berufen organisiert wurde. Du hast uns da aber auch noch einen besonderen Gegenstand mitgebracht, eine Art Giveaway. Ja, genau. Ich habe euch einen Baustein mitgebracht, einen Baustein für die Zukunft. Dieser Stein ist Originalausbruch aus dem Lühner Seewerk 2. Und ja, dieser Stein ist da ein Original aus dem Sondierstollen. Das nehmen wir mit, eben auf ausgewählte Veranstaltungen und verschenken das an interessierte Kandidaten. Okay, und wen genau wollt ihr damit ansprechen? Ja, wir nehmen das wie gesagt mit. Das war in Essen jetzt bei diesem Ladies-Event ein Teil. Es ist eine sehr schöne Erinnerung und wir merken, da kann man damit was verbinden. Das ist ein Ausdruck, ja, von unserem Feld, in dem wir tätig sind. Als nächstes haben wir die Steine im Koffer für Wien. Da finden die Zukunftsgespräche statt und auch da werden wir die wieder mitnehmen. War das auch deine Idee? Ja, das war meine Idee. Jeden Monat fliegt eine Idee raus. Du brennst ja für deinen Job, das merkt man. Bleibt da auch noch Zeit für Hobbys? Ja, also böse Zungen behaupten, die Arbeit sei mein liebstes Hobby. Da ist wahrscheinlich etwas Wahres dran. Aber es bleibt genug Zeit auch noch für andere Dinge. Ich bin zum Beispiel ehrenamtlich engagiert. Ich pflege da ganz bewusst auch meine Glauben und bin sehr gerne aktiv. Ich fahre sehr viel Fahrrad, gehe wandern, Skifahren und in diesem Jahr auch regelmäßig joggen. Ich habe mir zu meinem runden Geburtstag eine Challenge verordnet und möchte mich dieses Jahr noch an den Start stellen von einem Halbmarathon. Wow. Schauen wir mal, ob das gelingt. Also ich habe keine Erwartung an die Zeit, aber ich möchte das Ziel sehen. Ja, toll, toll, toll. Also beruflich wie privat. Ja, vielen Dank. Liebe Eva, unsere Sendung heißt Unterstrom. Auch an dich unsere Abschlussfrage. Was bedeutet für dich Energiezukunft? Für mich bedeutet das, die Region, in der wir leben und arbeiten, aktiv mitzugestalten. Vorarlberg bietet eine unglaublich hohe Lebensqualität. Die gilt es unbedingt zu erhalten. Und mit dem Ausbau erneuerbarer Energien leisten wir da wirklich einen wichtigen Beitrag dazu. Vielen lieben Dank, Eva. Danke dir, Isabella. Vielen Dank.